Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer holprigen Sache, denn hier sind die Lichter ausgegangen, ne? Komplett, Spiel aus dem Tod, aber ich weiß nicht, was das war und, ähm, hier sind Wölfe. Warum hat sich die jetzt da hinten verbracht? Aber egal, gibt's Futter für alle, aber wir können es nicht nehmen, wir können den nicht nehmen. Seid ihr gekommen, um euch hämisch zu wissen? Ich spüre, wie ihr hinter meinem Rücken über mich lacht, weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Traum. Oh, naja, dann haben wir ihn auch schon kennengelernt, wer das ist. Ist das das Schwert Excalibur? Ich war hier wirklich noch nie. Ich war... Wie habe ich das Spiel da früher gespielt? Oh! Hatten wir einen Termin? Nein. Immer. Ihr wollt also die Akkarte Künste meistern. Ihr kann die Verkaufen! Okay, nur ich... Wie jetzt? Ich kann... Die... Die... Die Verkauf an Stab. Logisch, weil wir keine Stäbe. Gut, also... Die kaufen nicht alles ab, aber so ein Quatsch halt hier. Das schon, ne? Ah, komm. Irgendwo Toilette oder was? Hm. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein, nein, nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Kriegen wir hin? Was denn? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkumbarren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein, nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Ähm. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber, warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. Jo, du, dann geh mal, ne? Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Oh, guck mal, da hinten. Oh. Kann man nix nehmen. Gut, die hier aber, die möchte ich nicht stehlen. Ich kenne euch. Wo war es doch gleich? Ja, von vorhin, du. Oh. Wolltet ihr mir nicht etwas holen? Doch. Seife. Oha. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Yala. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Ihr befindet sich auf dem unteren Weg. Seid also auf der Hut, wenn ihr euch dahin begeben. Ihr braucht etwas? Ja, wie geht's denn dir, Padma? Das letzte Mal warst du in Ice Age? Warum sag ich in Ice Age? Nicht Star Trek. Star Wars. So rum. Padma. Kennt man ja. Ja. Binnenständer kennt man ja auch. Komisch. Wo sind die Damen abgeblieben? Na gut, ins Schlafgemachen möchte ich eigentlich gehen. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß. Anuriel, würdet ihr bitte damit aufhören, so zu tun, als sei die Stadt an sich ins Brechnern. Als Volk von Rüftern kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Und ich. Hm. Oh, Mark Walls. So. Wir sprechen frei heraus. Wir holen das zu euch mal. Warum hatte ich das Ding nicht zu Hause liegen? Weiß nicht. Warum muss das hier irgendwo im Nirgendwo sein? Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht, oder? Das ist doch nicht normal. Wann ist das ein Kochlöffel zu Hause? Oder bin ich denn hier falsch gewickelt? Hm. Wo hatten denn die das versteckt? Was würdest du sagen, der Kochlöffel ist hier in Iverstadt, oder was? Ey, die bringt mich doch um. Und sehe ich schon... Ja, die ist aber mal eine tolle Dame, ey. Da können wir gleich mal abschminken hier. Das ist ja mal ein Ding, ey. Die hat wirklich Eier, ne? Gefängnis? Ja, aktuell brauchen wir nicht. Gute Getränke bekommt ihr im Bienenstich. Aber haltet euch von der zersplitterten Flasche. Äh, ping. So. Na, die Frage ist jetzt hier einfach... Wo ist... Wat? Komm, wir gehen mal da rein, wo wir müssen. Ja, meine Süßigkeiten sind, äh... Versteckt. Was kann ich für euch tun? Rifton steht unter meinem Schutz. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ähm. Los, zeigt mir aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr vergesst besser nicht, wer hier wirklich das Ding hat. Jo, geprügelt. Ja. Jetzt, wenn ihr raus habt. Ja, ich weiß. Das ist ein, was ihr gesagt habt. Ja. 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 Das ist eine Frage. Schön, ich kümmere mich darum, nur lasst mich bitte in Ruhe. Hier ist ein Bett. Alchemie-Labor mit Bett? Shit, ein bisschen mehr nach oben. Kacke, das ist doof. Ich hatte eure Leute für verlässlich gehalten. Ich habe das schwarze Sakrament vollzogen. Ich habe die verlangten Gebühren bezahlt und ich habe geduldig auf ergebnisse Gewalt. Wenn ihr mit einem simplen Attentat nicht klarkommt, werde ich jemanden finden, der es kann. Ich will, dass diese Auflage ausgeführt wird und zwar unverzüglich. Na, tolle Wurst. Mitnehmen. Okay. Na, hold meid. Ist das wohl unser gesuchter Boy? Kann man mal kurz hin. Hier kommt man rein, ne? Hier könnte man links. Okay, hier durch, das ist klar. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ja, ich... Ich zweifle, dass euer Kampf geschickt ist. Meine Mutter scheut keine Kosten, was mich anbelangt. Schließlich bin ich der Erbe des Familienvermögens. Deine Mutter ist also die Dame. Irgendwie creepy. Hier ist überall Garderobe. Hier ist wieder mal... Ey, wie viele Schlafzimmer haben die? Die haben nicht mal ein... Die haben aber kein Klo. Ja, dann stelle ich mir das ein bisschen doof vor. So ohne Klo geht das eher schwer. Oh! Oha! Die Augen in meiner Tränke auf dem Körper zu beobachten. Zu sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen. Die Augen erblinden. Wir bestehen aus tausenden von Teilen mit tausenden verschiedenen Funktionen, die alle zusammen wirken, um uns am Leben zu erhalten. Doch wenn nur ein einzelnes Teil unserer unvollkommenen Maschine versagt, versagt das Leben. Da wird einem bewusst, wie zerbrechlich, wie fehlerhaft wir sind. Was mich so fasziniert, wollt ihr wissen? Die Ironie. Die Ironie, dass dieselbe Welt, die uns das Leben gab, uns auch die Mittel für den Tod gibt. Das stimmt wohl. Das sind nun zwei Teile, Riesenflechte oder drei, hm? Aber das Lustige kommt erst noch. Hier, die Mutti. Ich vermute, ihr will ein leichtes Vergessen. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Ich glaube, wir sind fertig. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Tut mir leid, ich dachte gerade über meine Experimente nach. Entschuldigung, guck mal hier, so. Wir gehen mal kurz durch, dass wir... Au. Ja, warum nicht? Das bedeutet mehr Zeit für meine Experimente und weniger Zeit auf dem Feld. Ich bin euch sehr dankbar. Hm, und wo finden wir diese? Nierenwurz ist am einfachsten. Sie wächst am Wasser und gibt ein einzigartiges Glockengeräusch von sich. Der einzige Nachteil ist, dass sie nach der Ernte nicht mehr nachwächst. Die Tollkirsche wächst im Kiefernwald und in sumpfigen Tundra-Regionen von Himmelsrand und hat eine unverwechselbare sternförmige Blüte. Schließlich haben wir noch die Totenglocke, die nur in sumpfigen Tundra-Gelände wächst. Ihre umgedrehten, bläulich-lilafarbenen Blütendolden sind unverkennbar. Dann haben wir es wieder mal. Ich kann meine Experimente erst abschließen, wenn ihr mir diese Zutaten gemacht habt. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Egal, wir schaffen das jetzt. So, wir haben das gemacht, den Quest hier abgeschlossen, aber... Es gibt nur so viel mehr zu entdecken hier. Wir waren schon mal mehrmals riften. Jo. Wollt ihr etwas kaufen, oder seht es euch an? Ja, oh, hier gegen Gott. Cool, wir haben das zweimal. Nein. Wieso? Warum? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Alles eine Sache der Einschätzung. Okay. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Jo. Wie ihr zum Beispiel auf meinen kleinen Plan am Nordtor gekommen seid. Ihr wusstet Bescheid und habt seine Unehrlichkeit angesprochen. Das meine ich. Nordtor? Geld ist mein Geschäft. Wenn ihr mir helft, könnt ihr euch was verdienen. Wie wäre es? Jo, warum nicht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheiß Tasche, ohne dass er es bemerkt. Ähm. Tut mir leid. Ich habe normalerweise einen guten Riecher für so etwas. Kein Problem. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung ändern solltet. Also. Was soll man denn tun? Wenn euch etwas gefällt, könnt ihr das, was ihr hier seht. Oh cool. Ja, 200. Toll, da können wir nichts verkaufen. Ein Tau hier. Blöten. Ne, ich steppe. Oh. Ich Affe. Scheiße. Ich bin doof. Nö. 2,50. Der könnte... So. Und fertig ist. Wer haltet die Straße im Auge? Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, geht's? Nein. Sind wir nicht. Wollt wohl sehen, wie Balim und wahre Wunder mit dem Stahl vollbrücken. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? 1200. Yo. Da ist mein Mann. So. Ja, da haben wir. Die hier. Geile Kacke hier. Das ist wirklich langsam mein Dampfen hier. Oh. Hier noch der hier. Und... Ja. Und du scheinst nicht stolz auf deine Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsam Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Wirklich? Danke. Zehn Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Ähm... Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Hier ist das Schwert. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen. Dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Hm. Wo finde ich diese Feuersalze eigentlich, ne? Na so. Ihr wünscht zu tun, was ich tue. Sehr gut. Jetzt einmal gleich Kohle aus dem... Arsch gezogen wie blöde. Alle weg. Habt ihr diese Krise aus Hammerfell gesehen? Neu in Rifton? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herberge ist nichts für euch. Man weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Man weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ich habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Hier ist der Blacksmith, also der Schmied. Ah, wo sind denn die alle? Oh, die kann jetzt total blöd sein. Wie sollen du Fahrkast zurückkehren? Ja klar, ja. Jetzt kurz mal hier... Berg, der vermisste Dämmermacht. Das sind alles so... Nicht Hauptgäste. Das sind so Zwischendinger, ne? Zehn Feuersalze. Zwei von zehn haben wir schon? Hm, okay. Ach, halt schwer. Aber das können wir doch tun. Ähm. Der ist wirklich nicht weit entfernt, ne? Das ist ja so doof. Wie viel haben wir hier? 208. Okay. Warum macht er das nicht selber? Aber gut, man weiß ja nicht genau, ne? Der ist auch ein bisschen doof. So, weil ich das sehen kann. Aber... Nun gut. Da vorne ist er. Wir bringen das Ganze aber erst später ab. Denn in der nächsten Runde... Boah. Gehen wir es ihm ab, ne? Wir sehen uns. Bis dann. Tschau. Und Tschüss.